Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Back-Calculation gehen. Das ist hier der zweite Teil, beziehungsweise dritte Teil, je nachdem, wie man es anschaut, von einer Videoreihe vom Anti-Wind-Up. Deswegen empfehle ich jedem, der Back-Calculation, beziehungsweise das Startvideo zu Anti-Wind-Up noch nicht gesehen hat, erstmal das anzuschauen, damit man grob auf dem Stand ist, was überhaupt das Problem des Wind-Up-Effekts ist. Denn hierbei geht es nur um die Bekämpfung des Wind-Up-Effekts, nämlich einmal um das Clamping und einmal das Back-Calculation. Hier ist das Back-Calculation-Video. Es ist am Ende auch nochmal verlinkt, das Clamping-Video. Sowie aber auch nochmal das Anti-Wind-Up-Video, sodass man auch wirklich weiß, was damit gemeint ist. In der Infobox findet ihr aber auch nochmal das Anti-Wind-Up-Video. Jeder, der nicht weiß, was Anti-Wind-Up ist, sollte vor diesem Video auf jeden Fall erstmal das geschaut haben, damit man grob versteht, was hier ungefähr, ja, ich sag mal, abläuft. Genau. Dann wollen wir mal anfangen. Back-Calculation, das ist die reglungstechnische Lösung des Anti-Wind-Up-Problems. Es gibt ja, wie gesagt, noch das Clamping, das wäre die programmiertechnische Anti-Wind-Up-Lösung. Hier, wie gesagt, die reglungstechnische Anti-Wind-Up-Lösung. Beim Anti-Wind-Up haben wir eben dieses Problem, dass wir halt eine Stellgrößenbegrenzung haben, die eben dafür sorgt, dass unsere Stellgröße vielleicht teilweise höher ist, als sie tatsächlich gestellt werden kann, womit wir eine Regelabweichung am Ende haben. Und jetzt kommen wir auf die Idee, okay, wir können doch die Rückkopplung der Stellgrößenbeschränkungsüberschreitung, langes Wort, also wir können die Stellgrößenbeschränkungsüberschreitung rückkoppeln auf den Eingang des Integrators, sodass wir quasi den Überschuss unserer Stellgröße, beziehungsweise die Verminderung unserer Stellgröße in der Stellgrößenbeschränkung auch im Endeffekt wieder nutzen, um tatsächlich unseren Integratoranteil wieder zu reduzieren, da dieser ja das Problem macht. Also wer jetzt raus ist, weil er denkt, was sind das hier für Vokabeln, schaut wie gesagt nochmal bitte das erste Video an. Man muss schon verstehen hier, was so grob das Problem beim Wind-Up-Effekt ist. Genau. Also folgen wir mal vielleicht, nachdem wir die Idee jetzt verstanden haben, also wir haben ja wie gesagt diese Stellgrößenbeschränkungen, die halt dafür sorgt, dass wir einen Unterschied haben, eine Regeldifferenz haben, beziehungsweise eine Stellgrößendifferenz haben. Und die nutzen wir jetzt, um den integrierenden Anteil tatsächlich zu reduzieren. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal an einem Beispiel von einem PID-Regler. Man könnte das auch an einem PI-Regler machen. Die Formeln am Ende stelle ich denen auch nochmal vor. Im Endeffekt ist es egal, aber ich mache es jetzt erstmal an einem PID-Regler, weil ich denke, das ist der tatsächlich häufigste Fall, der auch verwendet wird. Genau. Also beim PID-Regler, da gehen wir zum Beispiel durch eine Zeitkonstante, die halt oben im Zähler steht, von dem differenzierenden Anteil. Also ich male die jetzt einfach mit den Vokabeln, also jetzt nicht mit der tatsächlichen Schaubilder, die man tatsächlich hat, für jetzt einen D-Regler oder einen I-Anteil, sondern tatsächlich einfach nur mit der finalen Formel. Genau. Was wir jetzt also hier sehen, ist als erstes nichts anderes als ein PID-Regler, bis auf diese Summation, die ich jetzt gerade hier eingezeichnet habe. Also ich hoffe, ein PID-Regler ist jedem bekannt. Ansonsten, wie gesagt, wir haben in der Playlist zu Regelungstechnik auch nochmal alles Mögliche abgedreht. Da ist auch der PID-Regler nochmal genau erklärt. Aber ich denke, wer an dieser Stelle hier ist, der weiß schon wahrscheinlich, was ein PID-Regler ist. Bis dahin also nichts Neues. Wir haben den P-Anteil, wir haben den D-Anteil, wir haben den I-Anteil. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen komisch ist, warum habe ich da jetzt eine Summation reingemacht? Aber das ist eben genau der Teil von der Backcalculation, weil wir haben ja hier am Anfang die Reglerabweichung, die wir halt von der Rückkopplung kriegen, haben dann hier unsere Stellgröße. Und diese Stellgröße kann halt eben nicht komplett gestellt werden. Das heißt, wir haben hier eine Stellgrößenbegrenzung drin, die male ich mal wieder mit so einem Begrenzungsglied da rein. und kommen dann hier hinten tatsächlich auf unserer tatsächlichen Stellgröße, die halt leider reduziert ist, raus. Das ist jetzt nichts anderes als das Winder-Problem, was wir halt hier aufskizziert haben. Und jetzt, wie gesagt, dieser integrierende Anteil, solange wir halt in diesem Winder-Problem drin stecken, wächst und wächst und wächst und wächst. Das heißt, wir müssen versuchen, hier irgendwie diesen Anteil zu verringern. Das kann man machen, indem wir eben genau an dieser Stelle hier verringern, was als TN davor durchgegeben wird. Das heißt, wir können einfach diesen Teil verringern, sodass der Integratoranteil reduziert wird. Dadurch wird automatisch die Summation hier hinten durch den Integratoranteil verringert. Ist die Summation immer noch zu groß, koppeln wir eine zu große Abweichung zurück, dann reduzieren wir also stärker, wird sie immer kleiner, dann koppeln wir auch immer weniger zurück. Also, wie gesagt, eine typische regelungstechnische Lösung eines Anti-Winder-Problems. Und das machen wir einfach, indem wir einfach vorher und nachher nehmen. Das Problem ist, man muss das natürlich an der Stelle messen können. Das war jetzt nicht so schlau für das Malen. Man muss das natürlich vorher messen können, dass man auch eine Stellgrößenbegrenzung hat. Also, wir müssen die kennen, um auf das System das Ganze anwenden zu können. Jetzt male ich hier mal ein Minus rein. Wir sehen gleich auch, was das Ganze soll. Ich skizziere es vielleicht erst mal zu Ende. So, an die Stelle und an die Stelle. Das hier ist ein Summationsglied. Was wir jetzt eigentlich nur tun, ist, wir haben jetzt zum Beispiel an der Stelle, hier hinten geben wir 500 aus oder sowas. Das sagt jetzt unser PID-Regler. Jetzt ist aber unsere Begrenzung auf 300. Das heißt, wir stecken zwar 500 raus, müssten theoretisch unser Ventil zum Beispiel auf 500 aufdrehen. Kriegen hier hinten aber nur raus, dass wir es maximal bis 300 aufdrehen können, weil da ist das Ventil halt einfach zu Ende. Das geht nicht weiter rauf. Dann haben wir also 500 zu 300. Was dann also passiert ist, wir haben hier 500 negativ draufgegeben, Minus 500 plus 300, haben dann also hier Minus 200, die koppeln wir über irgendeine Zeitkonstante zurück auf den Integrator. Was wir also jetzt in dem Endeffekt machen, ist, wir ziehen 200 als Zahl vor unserem Integrator ab, die dann aufintegriert wird, also eine negative Zahl. Und wenn wir uns jetzt überlegen, okay, wenn wir eine richtig hohe Stellgrößenbegrenzung haben, das heißt, wir haben zum Beispiel hier 1000 und hier hinten 300, dann koppeln wir Minus 700 zurück. Haben wir eine kleine, haben wir zum Beispiel hier 400 und 300, dann koppeln wir nur noch Minus 100 zurück. Das heißt, durch die regelungstechnische Lösung ist es tatsächlich so, dass der Integratoranteil tatsächlich auch noch so weit reduziert oder verstärkt zurückgekoppelt wird, dass wir auch wirklich das Problem entweder stark oder schwach lösen, weil wir halt eben die Gegenkopplung halt verwenden. Also nicht wundern, dass hier kein Minus steht. Ich habe das Minus quasi hier hingeschrieben. Man hätte das Minus auch an die Stelle und ebenfalls an die Stelle schreiben können und dann hier weglassen können. Das macht im Endeffekt keinen Unterschied. Man sollte sich nur bewusst sein, bei der Stellgrößenbegrenzung koppel ich halt in dem Endeffekt wieder eine negative Zahl jetzt zurück, wenn es eine positive Stellgrößenbegrenzung ist und nutze das Ganze aus. Dann vielleicht noch das TT. Was ist das TT? Das ist eben die Zeit, die es braucht, diese Rückkopplung durchzuführen. Das ist ja immer eine endliche Zeit und man sollte eben diese Zeit, die wir hier zur Rückführung verwenden, eben auch versuchen, schnell, sage ich mal, beziehungsweise clever zu wählen. Und da gibt es ein paar Faustregeln, wie man das Ganze wählen sollte. Da gibt es vor allem zwei Faustregeln, die relevant sind. Ich schreibe es jetzt erst mal für den PID-Regler auf. Also das können wir direkt ausskizzieren als PID. Für den PID-Regler gilt eben für die Zeitkonstante, die wir hier haben, also das TT. Da sollte man am schlauesten wählen. Das ist gleich Wurzel Tn mal Tv. Beziehungsweise, was auch erlaubt ist, man kann es ja gerne mal ausprobieren, in den meisten Fällen kommt es tatsächlich auf etwas relativ Ähnliches raus, ist, dass man dafür, ach nicht Tn, Entschuldigung, TT, ist gleich Wurzel Tn plus Tv. Manche sagen sogar, man soll das einfach mit ein Halb nehmen. Also das wäre dann einfach der Fall, dass man sagen würde, TT gleich Tn plus Tv halbe. Da muss man immer schauen, was natürlich am schlauesten ist. Das Einzige, was man halt sehen sollte, ist, dass auf jeden Fall gelten muss, dass TT kleiner ist als Tn, weil wenn die Rückkopplung hier langsamer wäre als das Tn, dann würde es ja tatsächlich nicht viel bewirken, weil wir halt eine zu langsamere Rückkopplung für den Prozess hätten. Also im Endeffekt, wähle eins von diesen Verfahren, am meisten nimmt man wahrscheinlich das mit der Wurzel, am häufigsten, ich verwende meistens immer das, aber da muss man dann halt darauf achten, wenn jetzt hierbei rauskommen sollte, dass eben das TT auf einmal größer wird als das Tn, dann sollte man das Ganze natürlich nicht verwenden. Genau. Dann an der Stelle vielleicht noch kurz zum PI-Regler. Also wenn wir uns das Ganze beim PI-Regler überlegen, da haben wir ja gar kein Tn oder ein Tv. Das heißt, beim PI-Regler, da kann man einfach die gleiche Regel wie oben eigentlich anwenden. Man macht Wurzel Tn mal Tv, wir haben aber ja gar kein Tv, das heißt, wir ersetzen jetzt einfach dieses Tv durch noch ein Tn, also den Anteil vom I-Anteil, haben dann Wurzel aus Tn². Und das ist nichts anderes als Tn. Sprich, hier verwendet man tatsächlich einfach die gleiche Zeitkonstante wie beim I-Anteil, kann aber auch kleinere verwenden. Genau, wenn es dazu, also es ist ein Faustregel, wenn es dazu sonst Fragen gibt, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten verweise ich nochmal auf die etwas leichtere Lösung, das Clamping. Wie gesagt, das ist allerdings eher programmiertechnisch, nicht regelungstechnisch, das ist nochmal unten auch verlinkt. Und wenn jetzt zu viel unklar war, wie gesagt, dann schaut nochmal gerne vorbei, auch bei dem Video, in dem das Ganze erklärt wurde, zum Anti-Wind-Up-Video oder einfach in die Playlist der Regelungstechnik, da haben wir auch noch viele Videos gemacht. Ansonsten findet ihr jetzt die Videos hier oben nochmal verlinkt und ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video.